Hallo und herzlich willkommen. Die technischen Daten der kleinen AVM Fritzbox 7510 für moderate 129 Euro UVP haben wir schon im letzten Video besprochen. Heute wollen wir nun speziell die WLAN-Leistung der 7510 testen. Das Besondere, sie funkt nur im 2,4 GHz Band, WLAN im 5 GHz Band fehlt ihr komplett. Neben WLAN 11ax alias WiFi 6 kann sie auch die älteren WLAN-Varianten 11n und 11g bedienen. Das weitverbreitete 11ac und das uralte 11b fehlen ihr aber. Genug der grauen Theorie, nun zu den Messungen. Zu diesem Zwecke hängen wir die 7510 links oben per LAN-Kabel an einen beliebigen LAN-Port einer Fritzbox 6660 Cable mittig im Bild. An der 6660 wiederum hängen zwei schnelle Datenzuspieler. Erstens ein 1000 Megabit schneller Kabel-Internetanschluss von Vodafone. Zweitens eine 10.000 Megabit schnelle NAS-Speicherstation von Synology rechts unten. Da die 7510 nur einen einzigen LAN-Port hat, können wir die NAS-Station in diesem Szenario nicht direkt an die 7510 verbinden. Stattdessen hängen wir die NAS zuerst mal an den Switch der 6660. Die 6660 leitet das Signal der NAS-Station dann über LAN-Kabel an die 7510 weiter. Das sind die gelben Pfeile. Die Frage lautet nun, wie schnell kann die kleine Fritzbox 7510, das Internet aus dem Modafone-Kabel und die Dateien aus dem NAS-Speicher-Server letztendlich an diverse Rechner, Laptops und Handys im Rest der Wohnung weiter funken? Zum ersten stationären Durchsatztest verbinden wir unser schnellstes WLAN-Endgerät mit der Fritzbox 7510 per Funk. Und zwar eine kleine Dell Workstation, die aus ihren zwei schwarzen WLAN-Antennen maximal 2400 Megabit Brutto funken kann. Allerdings nur bei 5 Gigahertz. Bei 2,4 Gigahertz werden wir viel weniger Speed bekommen. Die 7510 kann, wie gesagt, nur 2,4 und kein 5 Gigahertz. So sieht der Testaufbau in der Geheimnetz-Grafik der Fritzbox 6660-Cable aus. Rechtsaußen sieht man die Dell Workstation 11 AX, die per WLAN-Funk an der kleinen Fritzbox 7510 hängt. Hier habe ich mal beide Bedienoberflächen eingeblendet. Im linken Fenster jene der 6660-Cable, im rechten Fenster die der kleinen 7510-DSL. Beide geben den gleichen Testaufbau zum gleichen Zeitpunkt wieder. Rechtsaußen sieht man, dass der Dell 11 AX PC mit 286 Megabit Brutto an die kleinen 7510 verbunden ist. Hier nun der erste Durchsatztest mit dem 11 AX Dell PC. Auf Anhieb kam ein Download mit 194 Megabit. Das ist nicht schlecht, aber halt viel weniger als die 1000 Megabit, die der Vodafone Kabel-1000-Anschluss eigentlich herbeischaffen könnte. Die Speedbremse wird hier also vom 2,4 Gigahertz Funk der kleinen 7510 reingehauen. Trotzdem sind 194 Megabit netto viel mehr, als man zum Mailen, Surfen, Chatten oder zum YouTube schauen braucht. Links ganz unten sieht man, der Dell 11 AX Rechner war im Test mit zwei Streams aus zwei WLAN Antennen mit der Fritzbox 7510 verbunden. Im nächsten Aufschraubvideo mit der 7510 werden wir dann genau diese beiden WLAN Antennen inspizieren. Die WLAN Einstellungen der 7510 haben wir beim Test auf Werkseinstellung belassen. Die 7510 hat beim Test außerdem den Mesh Master gespielt. Auch das ist eine Werkseinstellung. Die 7510 als IP-Client zu nutzen, haben wir dagegen selber konfiguriert. Damit wir den hohen Speed der 6660 Cable als Datenzuspieler für die 7510 verwenden können. Die 7510 hatte bei allen Tests das Router-Betriebssystem FRITZ OS in der Version 0729 installiert. So viel zum stationären Test auf kurze Distanz mit einem sehr schnellen 11 AX PC. In allen weiteren Messungen geht es dann aber nicht mehr um den maximalen Speed auf kurze Distanz, sondern um die Funk-Reichweite über fünf zunehmend schwierige Zimmer. Genauer gesagt, um das Rate-over-Range-Verhalten der 7510. Wir starten den Messrundgang mit einem WiFi-6-Laptop. Der Laptop schafft maximal 2400 Megabit Brutto, sofern er sich im 5 GHz Band mit einem 160 MHz breiten WLAN-Kanal verbinden kann. Links im Laptop-Display sieht man das selber eingebaute Intel WiFi-6-AX200 Laptop-Funkmodul. Wir haben es schon anno 2019 bei einem Online-Händler für knapp 13 Euro gefunden. Der Einbau ist für geschickte Finger nicht schwierig. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Wir wandern mit dem WiFi-6-Laptop also fünf Zimmer ab und bekommen diese Durchsatzwerte. Die Messbalken bei 5 GHz sind allesamt bei 0 Megabit, also nicht vorhanden, weil die 7510 gar kein 5 GHz WLAN funkt. Die Messwerte im 2,4 GHz Band sind auf kurzer Distanz in Zimmer 1 recht brauchbar, mit netto 184 Megabit im Download und 161 Megabit im Upload. Die Messwerte halten sich bei zunehmender Entfernung relativ gut und sogar im hintersten Zimmer am Messpunkt 5 kommen echt netto noch 14 Megabit im Download und 25 Megabit im Upload. Rechts unten sieht man rot den Gesamtschnitt über alle Messungen mit mageren 37,45 Megabit. Im Vergleich zu anderen Fritz-Boxen, die auch 5 GHz beherrschen, ist diese Zahl sehr niedrig. Aber platt gesagt ist die Reichweite der 7510 erstaunlich brauchbar. Bis Zimmer 3 könnte man in meiner Testumgebung ein VDSL 50.000 Internet fast verlustfrei mit bis zu 47 Megabit netto übertragen. Und selbst am Messpunkt 5 könnte man zumindest ein DSL 16.000 noch fast ohne Verlust verteilen. Die letzte Messtour über 5 Räume hinweg machen wir mit einem guten WiFi-6-Handy. Und zwar mit einem Samsung Galaxy Note 10 Plus. Im Gegensatz zum WiFi-6-PC und zum WiFi-6-Laptop kann das Samsung keine 160 MHz-Kanäle, sondern nur 80 MHz-breite Kanäle im 5 GHz-Band bedienen. Entsprechend funkt das Handy keine 2400, sondern nur 1200 Megabit brutto. Netto kommt bei WLAN grob gesagt die Hälfte vom Brutto raus. Das wären mit diesem Handy dann also ca. 600 Megabit netto. Allerdings gilt das nur, wenn der WLAN-Router auch 5 GHz beherrscht. Und das kann die Fritzbox 7510 ja genau nicht. Also können wir nur den Durchsatz im 2,4 GHz-Band messen. Links im Bild sieht man die Kurven im 2,4 GHz-Band. Die Kurve ganz links außen zeigt den Messgang von Zimmer 1 bis Zimmer 5. Rechts daneben sieht man die Rückwanderung von Zimmer 5 bis Zimmer 1, daher ansteigend. Die Kurven wurden mit einer AVM Fritz App WLAN auf dem WiFi-6-Handy aufgezeichnet. Diese App gibt es kostenlos für Smartphones mit Google und mit Apple-Handy-Betriebssystemen. Schauen wir zum Schluss noch kurz das WLAN-Spektrum an, in dem wir die Fritzbox 7510 getestet haben. Das WLAN der 6660-Cable haben wir während der Messungen mit der 7510 natürlich abgeschaltet. Damit die 7510 möglichst wenig Konkurrenz in der 2,4 GHz Luft hat. Die weiteren WLANs in der Grafik strahlen aus der Nachbarschaft herein, die haben wir nicht selber unter Kontrolle. In der Software der 7510 selber wird das 2,4 GHz-Band ebenfalls schön dargestellt. Im grün markierten Bereich hat sich die 7510 während dieser Aufnahme gerade ausgebreitet. Entsprechende Grafiken für den 5 GHz-Bereich gibt es in der 7510 natürlich nicht, weil sie dieses Frequenzband halt nicht bedient. Lassen sich meine Messwerte auf andere Gebäude übertragen, nur sehr bedingt und mit großer Vorsicht. Der Funk wird nämlich von zahlreichen Baumaterialien ausgebremst, etwa von dicken Stahlbetonwänden und Decken. Weitere Funkdämpfer sieht man im linken Kasten. Im rechten Kasten sind ein paar Funkstörer aufgezählt. Am bekanntesten sind WLANs, die aus der Nachbarschaft in die eigenen vier Wände hereinstrahlen. All diese lokalen Faktoren haben einen gewissen Einfluss auf die Reichweite von WLAN-Funkern, mithin also auch auf die Reichweite der neuen Fritzbox 7510. Zu guter Letzt noch die Stromwerte. Im Standby, also WLAN, angeschaltet und ein Laptop über 5 GHz verbunden, hat die Fritzbox 7510 knapp 3,8 Watt aus der 230-Volt-Dose gezogen. Bei Downloads großer Dateien von der NAS-Station auf den WiFi-6-Laptop konnten wir die Fritzbox 7510 auf knapp 6,8 Watt hochtreiben. Bei diesen Messungen war aber die DECT-Basis-Station und das DSL-Modem nicht in Aktion. Laut AVM-Handbuch, Seite 244, hat die Fritzbox 7510 eine durchschnittliche Wirkleistung von circa 6 Watt. Das passt. Das war's für heute zum Thema WLAN-Leistung der 7510. Als nächstes plane ich ein Aufschraub-Video zur 7510. Dort wird man auch die beiden WLAN-Antennen sehen. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare sehr gerne direkt unter das Video. Ich reagiere, so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen, und alles Gute bis zum nächsten Mal.